Wer sich für einen Amerika-Trip entscheidet und die Reisekasse voll hat, sollte es im Wohnmobil tun. Es gibt nichts Schöneres als Amerika im Wohnmobil kennenzulernen. Und die Fahrzeuge, die haben's in sich. Wenn ihr eine Tour plant, plant mit einem großen Fahrzeug. Ihr habt keine Probleme mit dem Fahrzeug auf den Straßen noch wegen den Parkplätzen. Ihr habt Komfort, pur, amerikanischen Lifestyle, was Wohnmobil betrifft. Es fehlt nichts in diesen Fahrzeugen und sie sind bezahlbar. Tolle Erinnerungen in einem tollen Land, in einem großen Land und mit einem großen Wohnmobil. Familie Brammer hat sich richtig entschieden. Für ein tolles, großes Land und für ein tolles, großes Wohnmobil von Roadbeer.